die stage geht jetzt schon wieder ein bisschen länger also guten tag mini boss oder was sollst du darstellen ab durch die mürde weiter heißt es dich ich habe schon wieder ein schiff Ich liebe das, was du mit meinen Freunden machst. Es ist verletzt, also ich werde dich verletzt. Ja, das ist richtig. Ich streche. Hast du ein Problem damit? Ich möchte dich vollständig befreundet werden, ohne irgendwelche Muskeln zu lassen. Okay, jetzt bin ich bereit. Natürlich, wenn du weg bist, fühlst dich frei. Es gibt keine Schuld. Vielleicht ein bisschen Schuld. Ich verstehe langsam den Sinn von diesen Cutscenes nicht. Sonic redet mit Müll. Und das ist genau fast derselbe Boss, wie ich ihn schon mal hatte. Musik ist immer noch gut. Ja, das ist derselbe Boss, wie ich schon mal hatte. Nur mit irgendwie. Warum gibt man mir diese Raketen, die Raketenkraft nochmal, wenn ich sie gar nicht nutzen kann? Wie süß. Meteoriten. Oh, das geht. Wurm. Kontrolle. Die Steuerung ändert sich auch ziemlich schnell mal. So von hier nach da und von da nach hier. So von hier nach da und von da nach hier. Warum auch immer ich das hätte machen sollen. Geh kaputt. Ich finde es geil, wie das Schiff eigentlich komplett auf halb acht hängt. Ich finde es eigentlich geil, also so vom Design her, wie sich die Route von mir aufbaut. Das hat durchaus Stil. Aber ganz ehrlich, dass ich schon wieder so einen Boss vor der Nase habe, das hat weniger Stil. Das ist einfach nur irgendwie Boss Recycling. Und das kann im Grunde jeder. Ach, jetzt haut er schon wieder ab. Es ist echt dasselbe Prinzip, wie beim letzten Boss der Art. Die anderen Bosse waren genauso. Dann kommt irgendwann so ein kleiner Bob raus, den du kaputt machen sollst. Und wenn du den dann auch kaputt hast, dann eine Sau rende. Deswegen, das ist irgendwie... Was Boss angeht, ist das Spiel verdammt eintönig. Warum auch immer ich das tun? Okay, den hätte ich zerstören können locker einfach. Heißt ja nicht so, als ob das Spiel mich mit Ring zuwerfen würde. Yay, deine andere Kanone ist jetzt auch kaputt. Ich sehe keinen Sinn darin. Warum gibt man mir die Raketenfähigkeit? Ich habe keine Ringe gerade. Aber ja, offenbar brauche ich auch keine Ringe. Meine. Ja, ich kann das Spiel auch ohne Ringe. Der Hintergrund sieht verdammt cool aus. Der Hintergrund sah verdammt geil aus gerade. Das war fast schwierig. Sonic, du hast es gemacht. Können Sie es ohne dich, Junge. Danke. Hey, wir haben beide eine Art Reaktion. Ja. Wir gehen zu einem amusement park oder so. Oh, genau. Aber... einer, der ist, du weißt, weniger evil als dieser. Ja. Also, sind alle die Aliens freiwillig? Sieht so. Als die Kraft ausgesucht wurde, der Locks verabschied. Ich hoffe, dass der Akte gut ist. Ich denke, dass du gut bist. Ich denke, dass du gut bist. Du denkst, dass die Waffe, mit dem du hast, noch funktioniert? Nicht ohne die Kraft entlang. Ich denke, dass wir alle gut sind. Das ist das, was ich höre. Sieht so. Ich denke, was sie wed... Sieht so. Ich denke, was er. Sieht so. Sieht so. Ich gusta, was ihr tat. Die Traktor-Biener-Bahn sind frei! Was haben wir überhaupt keine Angst? Ich meine, wirklich? Great job, buddy. Mit den ganzen Generatorn zu verletzten, wir können diese Geräte und zurückkommen. Wir haben es geschafft, Mann! Wir? Ich glaube nicht, du zu kämpfen, mit irgendwelchen Roboter-Bahn. Verrückt. Gut, gut zu dir, zu inventieren einen Translator, der uns zu sprechen mit den Aliens, und herausfinden genau was wir tun müssen, damit wir nicht um den Park zu gehen, wie ein Idiot. Oh, nein, warte. Das war ich. Good Punkt. Either way, wir können uns aus diesem verrückten Ort und nach Hause gehen. Es sieht aus, die Aliens sind froh, dass sie nach Hause gehen. Ich glaube, wir sind in der Mitte einer Party. Die Mitte? Wir sind die Party. Ich glaube, wir sind ihre Gäste der Ehre. Total. Das war's? Das kann's doch nicht gewesen sein. Ich erwarte noch so was wie das Finale. Oh, ho, ho, ho. That fool Sonic thinks he's won because he destroyed all my generators. Well, the mind control cannon is full enough for what it has to do. I will have the last laugh. The last laugh? How is laughing last special? Isn't that like being the slowest one to get the joke? Yeah, I laugh last all the time. People look at me like I'm an idiot. Forget about it. That's because you are an idiot. Uh. Hmm. Grrr. You talking to me? Yes, I'm talking to you. There's nobody else here, so I must be talking to you. Why haven't we fixed your voice, Chip, yet? Yo, quit busting my batteries over here. I've been working on it all day. What does that even mean? Oh, never mind. In a few seconds it won't matter anyway since the world will have only one thing on its mind. What's that, boss? Hehe. Me. Grrr. 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 Cr сказала... Grrr. Grrr. Gu a Elvis made that a Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es kommt ja eh gleich die Krabbe Und die machen die sowieso wieder fertig Weil ich diesem dummen Angriff ja nicht ausweichen kann Wirklich vernünftig Was meint ihr mit Zeitüberschreitung Ich laufe jetzt einfach dauerhaft Du kannst wenigstens deinen dummen Schlagnuss Und mich einsetzen Ach so Weil die Zeit weiterläuft Äh Herpe derp Ja okay aber da Ich hab wenigstens noch drei Ringe Wenigstens hab ich noch drei Ringe Ja ich kann die Ich kann die Laser jetzt auch so gut sehen Und wieso Wieso Der war noch Meilen hinter mir Diese Stage ist einfach nur dumm Einfach nur Jedes Mal wieder dasselbe Warten warten warten